Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin wieder über der 26.000 US-Dollar-Marke. Heute stehen die VPI-Daten an, also es wird sehr, sehr interessant, welche Richtung die einschlagen werden. Möglicherweise auch der erste Indikator dafür, wie die Fed morgen dann ihre Zinspolitik weiter entweder strafft oder auch wirklich mal so belässt oder vielleicht sogar runtergeht. Werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video etwas genauer angucken. Außerdem so ein kleines Trade-Update, wie positionieren wir uns, was im Endeffekt können wir jetzt im Endeffekt noch machen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, verschwenden wir nicht zu viel Zeit. Lasst dem Video auf jeden Fall gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert auch unten gerne mal eure Altcoin-Wünsche, weil diese Woche geht es wieder los mit Altcoin-Update-Videos. Könnt ihr euch darauf freuen, später kommt Chainlink, damit fange ich auf jeden Fall an. Und wenn ihr noch nicht in der Telegram-Talk- und Signalgruppe drin seid, kommt da auch gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung natürlich alles komplett for free. Dort kriegt ihr Updates, News etc. pp. Auch Signale immer mal wieder, wenn sich ein bisschen mal mehr wieder tut. Momentan ist ja wirklich einfach Gammelfase, muss man ganz ehrlicherweise so sagen. Und für alle, die noch eine Börse suchen, Achtung, Werbung, ihr könnt euch noch bei BingX weiterhin registrieren. Kriegt für, kriegt direkt einen 20 und 30 USDT Free Trade. Wenn ihr euch da einfach anmeldet, also ihr müsst nichts einzahlen, gar nichts, testet einfach die Börse mit den Free Trades. Wenn es euch gefällt, bleibt da vielleicht. Wenn nicht, dann geht woanders hin. Nur so ein kleiner Tipp von meiner Seite aus. Also die Aktion läuft noch und natürlich auch, wenn ihr im Endeffekt noch Trading-Volumen erreicht, kriegt ihr auch ein bisschen mehr Boni oder Free Trades. Schaut euch das gerne an. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Wir gehen rein in die Analyse. 26.060 US-Dollar. Wir kämpfen weiterhin hier unter unserem, ja, Widerstand unter dem Golden Pocket bei 26.200 bis knapp 26.300 US-Dollar. Long Position läuft weiterhin, die wir bei 25.500, die ich bei 25.500 US-Dollar aufgemacht habe. Daran hat sich auch nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, Profite genommen und Stop Loss of Entry. Das ist jetzt ganz wichtig, weil ich diesen VPI-Daten noch nicht wirklich traue. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz an. Also die Prognose liegt bei 5,3 Prozent natürlich ein bisschen runter. Man muss aber auch dazu sagen, zuletzt hat sich das Ganze halt so ein bisschen abgeschwächt. Also so stark sind die VPI-Daten nicht mehr gefallen. Natürlich jetzt ist Sommer, im Sommer weniger Gasverbrauch, Stromverbrauch etc. pp. Was sich dann natürlich dann auch wieder so ein bisschen auf die Preise auswirken könnte. Also da mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich kann mir eher sogar vorstellen, dass die VPI-Daten ein bisschen besser werden als diese 5,3 Prozent, nachdem es die letzten Monate immer ein bisschen schleppend war, die Zinsen erhöht hat. Und das ja auch immer ein paar Wochen, Monate dauert, bis sich das wirklich dann erstmal ein bisschen einpreist. Deswegen gehe ich sogar von ein bisschen positiveren Daten aus. Und durch diesen Crash, den wir letzte Woche hatten, vor allem im Altcoin-Sektor, aber natürlich auch so ein bisschen bei Bitcoin den kleineren Dump hier nochmal runter, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das hier möglicherweise dann später nochmal so einen Switch gibt. Nochmal schnell runter, schnell hoch, erstmal alles liquidieren. Und dann die Richtung sich entscheiden wird, dass wir hier sogar eher etwas bullischer werden. Natürlich, wenn die VPI-Daten absolut beschissen sind, wovon ich, wie gesagt, erstmal nicht ausgehe, dann rechne ich erstmal mit sinkenden Kursen, aber sollten die positiv sein. Deswegen jetzt erstmal ein bisschen abgesichert. Stop-Loss-Entry, Profite ein bisschen zumindest mal genommen. Aber ich gehe eher davon aus, dass wir hier oben durch diesen Widerstand durchbrechen, Support testen und dann erstmal ein bisschen nach oben hin die Reise zumindest mal ein bisschen nach oben hin fortsetzen, bis wir dann hier oben an unserem Widerstand vielleicht bei 27.100 US-Dollar andocken, weil es hat sich sehr, sehr viel Short-Liquidität hier oben angestaut. Natürlich, Funding ist momentan ziemlich ausgeglichen, danach brauchen wir jetzt nicht wirklich gehen. Trotzdem, allein was die Liquidität anbelangt, wo wir hier jeden Abverkauf immer deutliche Bretter nach unten hinbekommen haben, allein die zu fischen, auch hier oben werden noch eine Menge Stop-Losses liegen, das passt auch so 27, 4, 27K. Aber allein deswegen glaube ich, dass wir vielleicht erstmal noch ein bisschen steigen, bevor wir dann möglicherweise den letzten Move Richtung 24.000 oder 25.000 US-Dollar sehen. Aber wie gesagt, das werden wir uns dann um, ich glaube, 14.30 Uhr kommen die Daten. Genau, 14.30 Uhr werde ich dann nochmal ein Update dazu geben. Altcoin-Update kommt auf jeden Fall ein bisschen vorher, einfach aufgrund eben der VPI-Daten. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt. VPI-Daten besser, VPI-Daten gleich, VPI-Daten beschissen. Schreibt es unten gerne mal rein. Ich gehe, wie gesagt, eher von sogar ein bisschen, bisschen besseren Daten zumindest vorläufig mal aus. Was das natürlich dann auch für die FED bedeuten könnte, wir haben es gestern schon angeguckt, 80% gehen momentan davon aus, dass die FED nicht die Zinsen erhöht. Das wird natürlich dann auch heute nochmal der Fall sein. Sollten die Daten beschissen sein, dann wird sich das hier auch ganz schnell wieder schwanken. Also damit muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Da werden wir dann morgen im Livestream nochmal ein bisschen genauer drauf achten. Ja, auf jeden Fall, das war der 1-Stunden-Chart. Laut 4-Stunden-Timeframe haben wir im RSI auf jeden Fall noch genügend Luft. 1 Stunde war jetzt nicht so viel, habt ihr ja gesehen. Trotzdem, wir haben auf jeden Fall noch genug Puffer, um hier zumindest mal das Golden Pocket und die Ineffizienz nach oben hin zu durchbrechen. Und dann wird sich zeigen, wie die Reise weitergeht. Wie gesagt, der Downtrend ist auf jeden Fall noch intakt. Den sollten wir dann als nächstes angreifen, hier bei den 27.4. Sollte der nicht hier oben gebrochen werden, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir eben nochmal ins Golden Pocket runterfallen, die Liquidität dort holen und dann mit dieser frischen Liquidität und dem Retest, den wir dann hier unten hatten, einen größeren Pump nach oben hin ziehen. Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt alles mal abwarten. 14.30 Uhr, Long-Position läuft, Short-Position ist erst einmal nicht geplant. Und eventuell dann auch erst nach den Zahlen, weil zu den Zahlen möchte ich ehrlich gesagt keine neue Position mehr eröffnen. Haben wir auch die letzten Tage immer wieder erörtert, macht einfach keinen Sinn. Und bei den Altcoins sowieso teilweise sehr, sehr wenig. Gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum ein bisschen schwächer, also wie wir es uns ja gestern auch angeguckt haben. Bitcoin, so ein kleiner Abtrend, den wir hier sehen. Ethereum eher so eine kleine Andeutung von einem doppelten Boden. Das war das Szenario, wo wir gestern mal drüber gesprochen haben. Also die Ineffizienz ist für mich weiterhin das erste Ziel. Trotzdem eine Long-Position ist hier derzeit nicht geplant, weil wie gesagt Bitcoin schon läuft. Ich möchte momentan kein doppeltes Risiko eingehen, dann auch noch die gleiche Position bei Ethereum einzugehen. Dann lieber im Endeffekt eine Positionsgröße und die dann bei Bitcoin laufen lassen. Und wenn wir uns das mal so das Risk angucken, sollten wir jetzt hier reingehen, müssen wir auf jeden Fall unter die Tiefs gehen, weil halt dort die Liquidität liegt und dann sind 2% schon sehr, sehr wenig, äh sehr, sehr viel. Beziehungsweise 2,4% hier in Stop-Loss irgendwie rein zu jagen. Also da ist mir das Risiko, ehrlich gesagt, momentan ein bisschen zu groß, jetzt hier noch irgendwie in Long-Trade rein zu gehen. Deswegen warte ich jetzt erst einmal, sollten wir im Endeffekt später zuerst einen Pump sehen. Werde ich mich dann hier eher Short orientieren. Dann kommt das Szenario rein bei den 1.821, dass wir gegebenenfalls dann hier oben einen Short machen, mit einem relativ tighten Stop-Loss. Das haben wir ja auch gestern hier mal kurz drüber besprochen. Zumindest mal hier 1,7%. Dafür können wir aber auch im Endeffekt die ganze Gegenbewegung dann gegebenenfalls nach unten mit 7% nochmal mitnehmen. Gefällt mir deutlich, deutlich besser, als wenn wir jetzt nur diese Mini-Position, sag ich mal hier hoch mit 3 bis 4% mitnehmen und dabei noch nicht mal wissen, wie die VPI-Daten sind. Da warten wir lieber auf die News. Was haben die News dann im Endeffekt für Auswirkungen? Was kann passieren? Wie ist dann eventuell nochmal so ein bisschen Funding? Hat sich das ein bisschen verschoben? Wie viel Liquidität kommt denn im Markt? Also spielen einige Faktoren mit, aber ich tendiere momentan hier jetzt erst einmal keine Long-Position mehr aufzumachen. Eher dafür, dass wir im Endeffekt hier oben, je nachdem 1,74 oder dann über dieses Hoch dann im Endeffekt den Stop-Loss legen. Viel Volumen haben wir im Endeffekt hier nur an der Ineffizienz. Aber das würde dann auch, wie gesagt, sehr, sehr gut passen. Da haben wir auch gestern schon mal drüber gesprochen. Mit unserem einerseits FIP-Level und einerseits 0,786er, dass wir uns dann hier oben im Endeffekt die Liquidität, huch, das war falsch, da wollte ich es hinhaben, dass wir uns hier oben dann im Endeffekt im Golden Pocket die Liquidität fischen, beziehungsweise an der Ineffizienz reingehen und dann Stop-Loss übers 0,786er legen. Aber dann auch gegebenenfalls bei dem Short-Versuch dann eine deutliche Bewegung nach unten in das übergeordnete Golden Pocket, die unten bei 1.660 bis 1.640 US-Dollar sehen. Gut, dann war es das erste Mal, was Chart-Analyse und News anbelangt, beziehungsweise eine News habe ich noch, Bitcoin-Wahle akkumulieren weiter bei jedem Einbruch. Das klingt schon mal gut. Wir haben mittlerweile auch eine Bitcoin-Marktdominanz von 50% erreicht. Viele haben ja eigentlich gedacht, oh, Alt-Season geht los. Na, hat jetzt doch nicht. Alt-Coins 30% minus, Bitcoin nur 3% minus. Also klingt auf jeden Fall schon mal gut. Solange die Wahle akkumulieren, ist es gut, wenn sie verkaufen. Wird es übel, aber glaube ich derzeit bei solchen Kursen einfach nicht. Gut, dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Dienstagmorgen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Gerne auch, wie gesagt, unten eure Kommentare reinhauen, was für Alt-Coin-Wünsche ihr habt, damit ich weiß, auf was ich mich die nächsten Tage so ein bisschen einlesen kann, beziehungsweise was ich so ein bisschen vorbereiten kann. Und dann würde ich sagen, war es das von mir. Wir hören uns dann später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.